Wenn es schon immer dein Traum war, kostenlose 200.000 GTA-Dollar zu bekommen, dann guck dir dieses Video auf jeden Fall mal bis zum Ende an. Like jetzt dieses Video, wirklich verprügelt den Like-Button mal bis er blau wird, versuchts einfach mal, verprügelt ihn einfach bis er blau wird. Dann abonniert gerne mal diesen Kanal und aktiviert die Glocke für die besten und hilfreichsten Videos auf komplett YouTube. Und Leute, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Aber davor müsst ihr dieses Video auch noch an euren Busfahrer schicken, beziehungsweise eurem Hund morgen früh oder spät zeigen. Digga, ihr nehmt einfach euer Handy, geht zu eurem Hund und zeigt ihm das Video. Und wenn er dann richtig Bock hat, euch anspringt und er euch mit seiner Zunge durchs Gesicht geht, dann verprügelt ihr auf jeden Fall mal den Like-Button. Und an dieser Stelle würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video, denn jetzt habe ich schon eine Minute von 10 übrigen gelabert. Hallo? Ah ja! Und zwar Leute, habe ich nämlich schon vor einer längeren Zeit mir die PC GTA-Version gekauft. Und da drin, ja, fande ich einen schmackhaften, einen schmackhaften Code, womit man 200.000 GTA-Dollar bekommen kann. Und ich dachte mir so, Digga, ich dachte mir, Digga, ich habe eh genug Geld in GTA Online. Ich kann mir 10 Yachten kaufen, ich kann 50 Stunden in den Puff gehen, ich kann mir jeden Sportwagen 8 Mal kaufen. Ja, ich habe gesagt, komm, hauste mal diesen Code an deine reichen Zuschauer raus. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn du diesen schmackhaften Code gewinnen willst, 200.000 GTA-Dollar-For-Free, dann likest du jetzt das Video, bis er blau wird. Wirklich. Haut den Like-Button an dieser Stelle raus. Dann abonniert ihr den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann teilt ihr dieses Video an 195,5 Leuten. Und, ja, der wichtigste Punkt. Ihr schreibt Hashtag Code mit K-O-T in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, morgen werde ich in dem Video den Code einblenden, Leute. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich ein Video machen oder keine Ahnung, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall wird der Code morgen im Video, also Sonntag, rausgehauen. Und an dieser Stelle, weil wir haben das Video erst 2 Minuten 30, würde ich sagen, werden wir nochmal ganz kurz, aber ganz kurz, überlegen, wie wir die 10 Minuten klangen. Nein, Leute, ich wollte nochmal gesagt haben, mein letztes Video ging ja 9,55 und eben nicht 10 Minuten. Und viele haben mir geschrieben, dass sie es mir gönnen würden, wenn ich ein 10 Minuten Video mache. Aber, Leute, mir geht es nicht darum, die 10 Minuten voll zu machen. Ich will euch einfach unterhaltsamen, hilfreichen Content bieten. Und es haben auch voll viele geschrieben, dass ich mir Unterhaltungsvideos machen soll. Und ich feiere das einfach auch. Und deshalb werde ich auch weiterhin Unterhaltungsvideos machen. Ich werde auch wieder Money-Methoden und so hochladen. Aber ich denke mal, so ein guter, abwechslungsreicher Upload ist auch cool, weil es auch viele gefeiert haben. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich werde bestimmt mal wieder ein 10 Minuten Video raushauen. Aber es freut mich einfach, wenn ihr es mir gönnt. Und an dieser Stelle würde ich raus und teilt dieses Video an euren Hund, an eure Katze. Und ganz wichtig, zeigt das Video eurer Mom, damit sie weiß, was ihr für einen geilen Content auf YouTube habt. Und was es für oberneiße Leute gibt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich bin raus und ciao.